2 alle um euren Freund zu verarschen ich zeige euch die die ich ja wir machen jetzt eine Falle um euren Freund nicht zu verarschen also wenn ihr Freund zum Beispiel eingepränkt hat dann kannst du einfach mal dass mein Freund mal kotzen so ein Haus was denn er ist ja 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 Nein ja kont 4 ja mit hier ist eine Druckplatte, damit die sich von automatisch öffnet. Warte mal. Also hier. Doch, die könnte auch noch was zünden. Aber jetzt. So. So, jetzt hoffe ich mal, es klappt. Warte mal, ich habe mich falsch. So, hier. Da kam mir jetzt halt richtig runter. Oder zurück. Kurz zünden. Müsste jetzt nichts gerade am Haus passieren. So, nichts passiert. Dann repariere ich das alles mal kurz. So. Ich habe es da oben jetzt mal repariert. Und jetzt einfach hier alles unten mit dem Tee füllen. Also, nur eine Mini-Nuke. Ich glaube, das wird auch nicht reichen. Danke, Mini-Nuke. Okay. So. Ich aussi. So. 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 Dann hier oben halt wieder so ein Grasblock. Jetzt bin ich hier gerade der Hausbesitzer. Hier geht's rein und fliegen wir halt in die Luft herunter und holt es aus. Weg! Und das ist der beste Fall, um euren Freunden zu verarschen. Als ich euch helfen konnte. Danke. Ciao.